Das ist der Zettel. Da ist angegeben der Startort und auch meine E-Mail-Adresse für den Fundort. Und dann werde ich ihn gleich voll losfliegen lassen. Dann geht's los. Er steigt auf. Er fliegt rüber Richtung Süden Osten. Jetzt ist er hinterm Haus verschwunden. Da fliegt er allerdings noch. Da oben ist er, da. Da ist der Ballon. Siehst du? Da hinten fliegt er ganz. Er fliegt rasch weg. Wahnsinn. Hol, hol wieder. Der kann wieder holen. Ja. Er ist bald weg. Wir haben ja noch einen zweiten. Ich glaube, er hat 60-fach einen Zoom. Wo ist die? Wo ist der? Oh. Jetzt kann ich ihn jetzt auch in der Kamera nicht mehr sehen. Ja.